Mit Nasenspray gegen die Depression Wer auf Antidepressiva nicht anspricht, hat schlechte Karten. Zumindest in den letzten 40 Jahren. Ab 2019 soll ein Nasenspray das ändern. Das Gehirn ist komplex und in vielen seiner Funktionen immer noch ein Mysterium. Das liegt auch daran, dass man es lange Zeit nur an Verstorbenen untersuchen konnte. So konnten zwar Struktur und Form gut beschrieben werden, Zusammenspiel und Funktion der Teile ließen sich jedoch nicht beobachten. Erst moderne bildgebende Verfahren wie die Zwei-Photonen-Fluoreszenz-Mikroskopie bringen im wahrsten Sinne des Wortes Licht ins Dunkeln. Vorgänge lassen sich damit am lebenden Organismus erforschen. Wir stehen, da sind sich Neurowissenschaftler einig, am Beginn eines goldenen Zeitalters ihre Zunft. Mehr und mehr beginnt man auch bisherige Annahmen über unser Gehirn zu hinterfragen und merkt, vieles war richtig, aber es war viel zu wenig. Denn wie eingangs erwähnt, das Gehirn ist komplex. Da greifen einfache Thesen zu kurz. Moderne Verfahren der Bildgebung ermöglichen gute Einblicke ins lebende Gehirn. Neh, eine dieser Thesen bezieht sich auf die biologischen Ursachen der Depression. Sieht man das Gehirn als einen Eintupf aus Chemikalien, Botenstoffe, die Signale zwischen Nervenzellen übertragen, so galt der Eintupf bei einer Depression als schlecht abgeschmeckt. Zu wenig Serotonin, zu wenig Dopamin, und in der Folge zu wenig Signalübertragung an den entsprechenden Synapsen. Die Lösung war klar, durch Anheben des Serotoninspiegels zwischen den einzelnen Nervenzellen kann man der Signalübertragung auf die Sprünge helfen. Es galt also, das von den Nervenzellen ausgestoßene Serotonin möglichst lange im synaptischen Spalt verfügbar zu machen und eine Wiederaufnahme durch die Zelle zu verhindern. Denn nur außerhalb der Zelle taugen Botenstoffe zur Signalübermittlung. Gängige Antidepressiva erfüllen genau diesen Zweck. Sie fungieren als Türsteher und lassen niemanden herein, der seine Arbeit im synaptischen Spalt noch nicht ausreichend erledigt hat. Ihr Name ist Programm, Serotonin-Wiederaufnahme-Hemme, kurz, SRI. So weit, so gut. Leider jedoch unzureichend. In den letzten 15 Jahren ist klar geworden, dass unsere psychischen Krankheiten komplexer sind als zu wenig Serotonin oder zu viel Dopamin. Gefühle, Stimmungen, Konzentrationsfähigkeit hängen mehr an den entsprechenden Schaltkreisen als an den Botenstoffen, erklärt Dr. Hossein Imani, Neurowissenschaftler und Forscher bei Janssen Research & Development. Seine Überzeugung. Natürlich sind Botenstoffe wichtig zur Signalübermittlung. Das ist letztlich ihr Job minus. Aber was mit dem empfangenen Signal an der Schaltstelle passiert, ist mitunter wichtiger. Abkehr von der Eintopftheorie, das Schlagwort dazu lautet neuronale Plastizität und wir kennen es aus vielen Lerntheorien. Es bezeichnet die Fähigkeit unseres Gehirns, Synapsen nach Bedarf umzubauen oder ihre Funktion zu adaptieren. So wird Information gespeichert, Abläufe werden gelernt, oder auch wiederverlernt, wenn sie nicht mehr nötig erscheinen. Wer 10 Jahre nach der Französisch-Matura nicht mehr nach dem Weg fragen kann, kennt das, Use it or lose it. Für das Gehirn ist der Begriff Information allerdings umfassender zu verstehen als ein paar vergessene Vokabeln. Er bezieht sich auch auf Gemütsregungen, Affekte. Ist die Plastizität eingeschränkt, werden wir gemütskrank. Man spricht dann von einer affektiven Störung. Signalübertragung im synaptischen Spalt, Andrea Dantifotolia.com Was aber ist es, das Synapsen funktionsfähig macht, oder eben nicht? Hier kommt ein neuer Player ins Spiel, ein Protein namens BDNF-Brain-Derivit-Neurotrophic-Faktor. BDNF ist ein Wachstumsfaktor. Er sorgt einerseits für die Bildung neuer, andererseits für den reibungslosen Betrieb existierender Synapsen. Und noch eine weitere wichtige Funktion kommt dem Protein zu, es verhindert das Schrumpfen oder Absterben von Nervenzellen. Das kommt insbesondere bei Krankheiten wie Alzheimer zum Tragen, bei denen Forscher mit vielen toten Nervenzellen im Gehirn konfrontiert sind. Natürlich ist die Zerstörung der Nervenzellen bei einer Depression nicht vergleichbar mit dem Ausmaß, das wir bei Alzheimer vorfinden, sagt Manje, aber wir sehen auf MRT-Bildern, dass es einen Zusammenhang zwischen Depression und Zellschwund in bestimmten Gehirnregionen gibt. Postmortem-Untersuchungen zeigen, die Anzahl der Neuronen ist bei effektiv gestörten im Vergleich zu gesunden Menschen zwar nicht vermindert, aber die Neuronen sind geschrumpft und kränklich. Manje, das sind eigentlich gute Neuigkeiten. Und es drängt sich die Frage auf, was man tun kann, um diese Neuronen wieder gesund zu machen. Phil Manje und sein Team gab diese Frage den Ausschlag, Depression neu zu denken. Das war längst überfällig. Über 40 Jahre hatte sich die Behandlung der Krankheit kaum verändert. Neue Medikamente waren stets präziser und sicherer als ihre Vorgänger, in ihren Wirkungsmechanismen aber immer gleich. Wir haben uns über Jahrzehnte nur auf Botenstoffe konzentriert. Es steht außer Frage, dass das vielen Menschen hilft. Aber es gibt zwei große Probleme mit dieser Methode. Erstens gibt es Patienten, die gar nichts darauf ansprechen. Und zweitens dauert es bei jenen, die darauf ansprechen, vier bis acht Wochen, ehe eine Besserung spürbar wird.